Friedrich August II. wurde 1733 nach dem Tod seines Vaters August der starken Kurfürst von Sachsen und als August III. auch König von Polen und Großherzog von Litauen. Durch die Fortführung der väterlichen Außenpolitik stürzte er den Kurstaat Sachsen in die Katastrophe des Siebenjährigen Krieges. Die Personalunion Sachsen-Polen endete mit seinem Tod. Unbestritten ist sein Rang als einer der größten Kunstmetzen seiner Zeit. 1736 stiftete er den St. Heinrichsorden. Leben gewöhnlich wird von dem Sohn König August II. und der Christiane Abba Hadine von Brandenburg-Bayreuth behauptet, dass er sich wenig um Politik gekümmert habe. Solche Probleme hätten ihn überfordert. Betont wird, dass er gern Jagden veranstaltete, häufig in die Oper ging, sich um seine umfangreichen Kunstsammlungen kümmerte sowie großen Familiensinn bewies. Auch wenn dies nicht in Zweifel gezogen werden soll, zeigt die neuere polnische Forschung, dass August III. ein sehr fleißiger polnischer König gewesen sei. Als Kurprinz Friedrich August heiratete er 1719 die Tochter Kaiser Josef I., Maria Josefa Benedikta Antonia Theresia Xaveria Philippine, Erzherzogin von Österreich, Prinzessin von Ungarn und Böhmen etc. Die sogenannten Planetenfeierlichkeiten im Rahmen der Hochzeit schrieben Stadtgeschichte in Dresden. Der Kurfürst wurde mit Unterstützung Österreichs und Russlands und den üblichen Bestechungen gegen den Kandidaten Schwedens und Frankreichs, Stanislaw Leszczynski, zum König von Polen gewählt, was den polnischen Thronfolgekrieg auslöste. August III. wurde am 17. Januar 1734 gekrönt und bei seinem Besuch in Leipzig am 5. Oktober 1734 mit der Kantate Preise Dein Glücke, gesegnetes Sachsen geehrt, zu der Johann Sebastian Bach die Musik komponiert hatte. Er behauptete die Krone im Frieden von Wien bei einem deutlichen Souveränitätsverlust des einst sehr mächtigen Staates Polen-Litauen, der allerdings bereits unter August dem Starken eingesetzt hatte. Die Spielräume für seine Regierung in Polen-Litauen waren angesichts des Streits zwischen den Magnatengruppen der Czarte Rishi und Portoky im Sejm äußerst eng. Die Magnatenparteiungen genossen ihrerseits ausländische Unterstützung, sodass Polen-Litauen zum Spielball rivalisierender Nachbarmächte wurde. Fast alle Reichstage blieben trotz einer Fülle von Reformvorschlägen beider Parteien ergebnislos. Ein Beispiel waren die Reichstage von 1744 und 1746, in denen die Krone und der Großkanzler vorsichtig definierte Reformen im Wirtschafts- und Militärsektor auf den Weg bringen wollten. Letztlich scheiterten sie im Sejm an der Verzögerungstaktik der Gegenpartei und unter ausländischer Einmischung. Ohne ordnungsgemäß abgehaltene Seims mussten die Minister auch keine Rechenschaft ablegen, was die Korruption förderte. Angesichts dieser Sachlage hofften sich der König und sein Premierminister Brühl in Polen mit dem Ministerialsystem Sachsen-Treuermagnaten über, Wasser zu halten und beide Länder politisch verbinden zu können. Sie erlangten im Siebenjährigen Krieg sogar die Zustimmung ihrer drei Verbündeten für eine erneute Thronkandidatur Sachsens. Aber die Erfolge waren nur scheinbar und nicht von Dauer. Ein bescheidener Wirtschaftsaufschwung war in Polen weiterhin bemerkbar, später beeinträchtigt durch die Auswirkungen des Siebenjährigen Krieges. In Sachsen führte Heinrich von Brühl nach dem Sturzgraf Sojkowskisch von 1738 bis 1756 die alleinige Regierung. 1746 wurde er formell Premierminister. Er war ein erfolgreicher Diplomat und festigte die Verwaltung, wurde aber wegen falscher Finanzpolitik im Landtag 1749 scharf angegriffen. Trotz rücksichtsloser finanzieller Maßnahmen Brühl steuerte Sachsen in eine Staatskrise. Der Zwangsumtausch von Vermögenswerten in staatliche Schuldverschreibungen erschütterte die Wirtschaft. Die ohnehin zu kleine Armee musste abgerüstet und ein bedeutender Anteil der Steuern verpfändet werden. Dazu kam der Druck von außen, denn der sächsische Export wurde durch die preußische Politik jener Zeit stark behindert. Aber erst der Siebenjährige Krieg brachte für Sachsen 1756 den Absturz. Die zu kleine sächsische Armee kapitulierte unter Graf Rotowski kampflos am Lilienstein, August III., und sein Hof zogen nach Warschau um, wo sie bis zum Ende des Krieges in relativer politischer Ohnmacht verblieben. Sachsen, nun behelfsweise von den Preußen und von einigen Kabinettsministern verwaltet, wurde zum Kriegsschauplatz und litt unter den hohen Kontributionen beider Seiten. Es bezahlte zweifellos einen großen Teil der preußischen Kriegskosten. Dresden selbst wechselte die Besatzung und wurde von Friedrich II. 1760 belagert, was umfangreiche Zerstörungen zur Folge hatte. Als der Siebenjährige Krieg im Hubertusburger Frieden 1763 zu Ende ging, war das bis dahin recht wohlhabende Sachsen ruiniert. Was der königliche Hof nur ungern zur Kenntnis nahm, obwohl Brühl formell in Amt und Würden blieb, begann mit der Einsetzung einer Restaurationskommission um den Freiherren Thomas von Fritsche eine neue Zeit. Die Kommission setzte sich vorwiegend aus Leuten mit politisch-administrativer Erfahrung und großbürgerlicher Herkunft zusammen, stand unter der Protektion des Kurprinzen Friedrich Christian und nahm im April 1762 ihre Arbeit auf. Zumindest wurde im August 1763 d. h. noch zur Regierungszeit des Königs der Landtag einberufen, in dem die Akzeptanz und der Abbau der Schuldenlast durch die Stände das Hauptthema war. August III. starb bei einem Opernbesuch am 5. Oktober 1763, Brühl verstarb drei Wochen später. Der König wurde in der Vertiner Gruft der katholischen Hofkirche beigesetzt. Auf die nachfolgende Vergabe der polnischen Krone hatte Sachsen keinerlei Einfluss. Polen-Litauen war mehr denn je unter die Vorherrschaft Russlands geraten und den Nachfolger August III. Stanislav August Poniatowski bestimmte die Zarin Katharina II. Dauerhafteren Nachruhm bescherte jedoch dem Kurfürstkönig seine Liebe zur Kunst. Baumaßnahmen in Sachsen, Schloss Hubertusburg, Katholische Hofkirche Dresden, Spitzhaus in Radebeul 1749 nach Plänen von Matthäus Daniel Pöppelmann Sächsische Baumaßnahmen Punkt, Punkt, Punkt Baumaßnahmen in Warschau Sächsisches Palais Brühlsches Palais Nachkommen Am 20. August 1719 heiratete er in Wien Maria Josepha Benedikta Erzherzogin von Österreich. Sie hatten gemeinsam folgende 15 Kinder, von denen 11 das Kindesalter überlebten. Friedrich August Franz Xaver, königlicher Prinz von Polen und Kurprinz von Sachsen. Josef August Wilhelm Friedrich Franz Xaver Johann Nepomuk, königlicher Prinz von Polen und Kurprinz von Sachsen. Friedrich Christian, königlicher Prinz von Polen und Kurfürst von Sachsen, totgeborene Tochter. Maria Amalia, königliche Prinzessin von Polen und Prinzessin von Sachsen. Lemniskate Karl, Herzog von Parma und Pia Enza, König von Spanien. Neapel und Sizilien Maria Margareta Franziska Xaver Ia, königliche Prinzessin von Polen und Prinzessin von Sachsen. Maria Anna, königliche Prinzessin von Polen und Prinzessin von Sachsen. Lemniskate Maximilian III. Josef Kurfürst von Bayern. Franz Xaver, königlicher Prinz von Polen und Prinzessin von Sachsen. Graf von der Lausitz, Administrator von Sachsen. Maria Josefa Carolina, königliche Prinzessin von Polen und Prinzessin von Sachsen. Lemniskate Ludwig Ferdinand, Dofer von Frankreich. Karl Christian, königlicher Prinz von Polen und Prinzessin von Sachsen. Herzog von Kurland und Semgellen. Maria Christina, königliche Prinzessin von Polen und Prinzessin von Sachsen. Sternkreuzordensdame und Fürst Äbtissin von Remi Remond. Maria Elisabeth Apollonia, Prinzessin von Polen und Sachsen. Sternkreuzordensdame. Albert Kasime, königlicher Prinz von Polen, Prinz von Sachsen. Herzog von Teschen und Generalstadthalter der österreichischen Niederlande. Clemens Wengslaus, königlicher Prinz von Polen und Prinz von Sachsen. Domherzog Köln, Popst von Sankt Johann und Elwangen, Fürstbischof von Freising, Regensburg und Augsburg. Kurfürst und Erzbischof von Trier. Maria Kunigunde, königliche Prinzessin von Polen und Prinzessin von Sachsen. Sternkreuzordensdame. Kanonisse zu Münsterbilsen. Fürst Äbtissin von Thorn und Essen, Trivia. In der Filmreihe Sachsens Glanz und Preußens Gloria wurde er vom Schauspieler Rolf Hoppe verkörpert. Vorfahren